So, damit geht's auch direkt weiter. Nehme ich mal das markierte Unbekannte. Warte mal, ich baue da noch Mondfische und so ein Kram, ne? Ich habe keine Ahnung, wo es die gibt. Ja, Waschbär brauche ich jetzt keinen. Mit den Viechern würde ich mich jetzt eigentlich auch nicht rumärgern. Weiche Abschusspfeile. Wir machen nix. Ah! Was ist denn da? Es werden einfach viel zu viele random drauf sind. Und du kannst dich halt nirgends verstecken. Es ist vom Spiel sozusagen von Entwicklern nicht vorgesehen, hier intelligent ranzugehen. Ich bitte unendlich davon mehr. Ja. Ja. Das war's. Ja. Wie bitte mehr Reichweite. Sausa. Natürlich. Natürlich. Ich hab Herzklöpfen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich will's ja nicht sagen, aber warum hat der eben kritisch getrocknene Schwachstelle grünen Schaden gemacht, aber nur eins? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Kann ich mich hier hinsetzen ohne... Wow, ich treffe. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn grün oder normal. Das ist irgendwie komisch. Hier fehlt mir die Ausrüstung. Marsch. Super. Die Frage ist, wie krieg ich denn die Drohne da jetzt runter? ... 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 Das Gras. Da ist der Fein verschwunden. Du! Na los! Geh voraus! Da bist du ja! Hallo! Das hält mich auf den Beinen. So, nehmen wir mal hier. Dann mit dem Kram. So, die Frage ist jetzt trotzdem immer noch, wie komme ich an diese Drohne ran, da vorne? Machen wir mal einen Speicher, Hannes, hier, bevor hier irgendwas passiert. Super, Beutel voll, Beutel voll, Beutel voll, alles an den Vorrat geschickt, das ist super. So, lass mich raten, wahrscheinlich von da oben. Da wollte ich doch gar nicht lang. Überwachungsdrohnen. Ei, ei, ei. So. Das hat super funktioniert. Das hat super funktioniert. Das hat super funktioniert. So. 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 Sekunde. So. 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 Jetzt. Jetzt her mit den Daten aus der Drohne. Okay, ich hab die Daten. So, dann haben wir das doch. So, next one. Hab ich doch. Finde einen Ort zum Verbinden der Drohnenmodule. Finde einen Ort zum... Äh? Ich hab keine Ahnung wo. Die waren einmal verbunden, aber womit? Ich würde sagen... Was sagt denn her? Zwölf Minuten. Ähm... Finde einen Ort zum Verbinden der Drohnenmodule. Niemandsland. Kann ich da hinreisen? Hier, ne? Hier kann ich hinreisen. Hier nicht. Ja, auch nicht. Unbekannte Werkbank. Ja, kann man mal machen. Ich will mich, wenn du den indication falschen ber answersasonic. Ich versuche, wie werde ich raus. Wir τιCAR? Alle jinst. Wir sind ungeblich. Wir sind ungeb 14, tightly. Immerachfallen? Ja, ich kann mich nicht. Alles unterschieden. Der Hand hat ganz klein. Ich kann einst impress transcriptional rule, du ich papa Schicht elim.... Ja, es ist ein schwer. So, Werkbank und dann zur Quest. Ich weiß immer noch nicht, wo man einen guten Ort findet. Ja, ist ja gut, Hemi. Fuchs! Der weiß, dass ich ihn nicht brauche. Wie ein Waffen-Upgrade. Beutel-Upgrades. Drei Stück, das ist doch super. Proviant-Beutel. So, das kann ich machen. Stachelholz da. Jägerpfeilkircher, ne? Das ist doch super. Das liebt doch gut. Das liebt wunderbar. Ja, so. So. Ja, gut. Machen wir die nächste Drohne einfach mal. Ja, stimmt den Fall. Immer. Das ist noch ein Donnerkiefer. Ja. Ja. Und? Ja. Einschlag 43, Einschlag 50. Hier läuft doch irgendwo noch ein Donnerkiefer rum. Aua! Aua! Yo! Aua! 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 Das hier muss doch bald nackt sein. Das hier muss doch sein. Das war's für heute. Das war's für heute. Ow! Ow! Ah! Oh! Fuck! Oh! Ah! 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 Wow! Wow! Es gab ordentlich Stuff, aber ich mein komm schon. Wow! Wow! Ah! Oh! 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 Ah! 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 Fuchs. Ah! 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 Ja, das war aber mit Glück als Verstand. Gut, dann haben wir das doch. Jetzt muss ich nur finden, einen Ort zum Verbinden der Drohnen. Das mache ich ein andermal. Soweit ich das sehen kann, sind wir bis auf hier diese Schaukampfdinger gut durch. Ja, Maschinenrennen und so ein Kram, ja, das ist alles Quality of Life Dinger. Dann würde ich einmal mit der Hauptquest weitermachen. So, bis zum nächsten Part. Ich muss nämlich Bibi. Macht's gut, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.